So, hello, hello, hello. Wir spielen jetzt wieder Gothic 1. Ja, und ich hoffe, das wird mega. So. Ja, ja, wir müssen jetzt, äh, wohin müssen wir? Für Gomez. Äh, wir müssen ins Sektenlager. Ähm, warum ich heute so spät bin, ist folgender Grund. Ich hab, ähm, hier, wie heißt das gleich noch? Äh. Hier, wie heißt das? Ähm, Gothic 2 fertig gemoddet. Und hier dazu noch ein paar Mods eingebaut. Und zwar die wichtigste Mod überhaupt. Quick Loot. Gees. Ja. 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 Okay. Nice. Ach ja, und ich habe jetzt eine Mod installiert, wo ich sehe, ob ich die Sachen schon gelesen habe. Ja, das ist mega. Ja, das ist mega. Geht Quick Loot auch so? Oh ja, nice. Okay. 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 Quick Loot ist echt der Wahnsinn. So. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So You shoddy You shoddy You shoddy Alter And so You shoddy Eigentlich sollte das besser funktionieren als so wie es jetzt gerade So So White Gales Ich wollte hier unten in die Höhle reingucken So 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 Na, wie gut bist du? Okay, laden wir lieber. Okay, laden wir lieber. So, ich wollte jetzt im, eigentlich müsste ich da hinten hin, aber ich wollte im Sektenlager einmal ausprobieren, wie, ähm, wie heißt das gleich noch, äh, Alchemie funktioniert, so. Oh, was ein Kackwetter. Und glaub ja nicht, dass das alles... Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich hätte das anders gemacht. So. 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 Er hat nur ausgesuchte Novizen und Templer mitgenommen. Und mich hat er glatt übersehen. Deshalb muss ich... Wer hat dich übersehen? Ich habe mich so angestrengt und alles gemacht, was mir gesagt worden ist. Und dann gehöre ich nicht zu den Auserwählten, die dem Schwefer gegenübertreten dürfen. Meister Callum hat mich bestimmt übersehen. Das ist für mich die einzige Erklärung. Du hast recht. Er hat dich bestimmt übersehen. Deshalb sitze ich hier auch abseits und bete zum Schläfer. Vielleicht kann... Okay. Dann reden wir mal mit den... ...Wahl da hinten. Ich möchte... Mach Platz! Oh, sorry. Steh nicht in... Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Das war doch schon vorgegangen. Das war doch schon vorgegangen. Das war doch schon vorgegangen. So. Das war doch schon vorgegangen. Das war doch schon vorgegangen. Lass mal. Bitte. So. Oh. So. Hol ich mir hier die Warane noch. Ich habe ihn mit dem Schrauben. Ich habe ihn mit dem Schrauben. Ich habe ihn mit dem Schrauben. So. So. Was für Viecher sind denn das? Verdammt. 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 Schreie. Okay. Oh Okay. So, damit haben wir auch die Beißer erledigt. So, damit haben wir auch die Beißer. Orgfriedhof. Und wo sind die? Und wo sind die? Und wo sind die? Okay. 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 Hehehe. Daran konnte ich mich noch erinnern, dass wir die Kohle mit nem Kaka mal... ...easy killen kann. Richtig geil. Okay. 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 Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, damit haben wir es geschafft. Außer die da oben, aber naja. Außer die da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Schade. Okay, dann gehen wir unten lang. Schade. 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 Gefühlt bin ich immer noch zu schwach Also für viele Sachen Ja für Gomez So Ich will meine Trainierst du schon? Okay Das ist ne schlimme Sache Ich will vorher gucken ob ich Kochen kann Ich werde gar nichts mehr Ich will mir mal klar Nice Ganz ich kann dir Siehst du? Ich möchte Schriften Okay Okay Hi Wir sind Ich muss gehen Ich muss gehen Kann ich bei denen hier oben was kaufen? Hi 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 Okay Okay Ich könnte Ich könnte Lass mich mal durch Hey du Ich 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 möchte ein Tor Oh Oh Wir Lass mich mal vorbei Hi 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 Hey du Okay 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 Hat Raven Hat Raven noch was zu sagen? Hallo Hallo Hey du Jetzt wo du bei mir bist Können wir ja mal einigen Arschlöchern aufs Maul hauen Die haben mich jahrelang getriezt Wenn ich einen von denen sehe dann sag ich ihnen die Meinung Ah So da es ein Erdbeben gab würde ich jetzt mal gerne bei alten Mine gucken So Tsss. Was ich halt komisch finde, ist, dass, wie heißt das gleich noch, hier, wie heißt das, dass die Templer nirgendwo sind. Ich weiß nicht, ob die in dem Friedhof drin sind, aber wie kommt das da jetzt mal vor? Ja, das sind falsche Leute. Wir sehen noch. Kann ich da? Bei dir, ich. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Bring den Müll woanders hin? Was soll ich damit? Bring den Müll woanders hin? Was soll ich damit? Nein. Nein. Was soll ich damit? runter kann Oh 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 Okay 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 Viel Glück noch Du hast gewonnen, schon gut Okay Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich will jetzt gucken, ob ich endlich dieses Dingsens fülle, dieses versteckte Fass. Ich schau mal, mach kein. Bei dir. Ich bin so... Oh. Da sind noch Minecrawler und das ist nice. Okay. 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 Ah! Ah! Das war's. Und ab nach oben. So, was ich jetzt noch machen will, ist Viper wieder zu beleben, weil ich nicht weiß, warum der tot ist. Oh, nice. Oh, nice. So können wir tausend verkaufen. He hee. Oh, nice. Okay, wo geht es hier lang? Okay. 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 Garlasch? Garlasch-Notiz Sobald du das Paket hast, bringst du es bei Nacht zu Bruce. Er wird sich an sein Lager vorsetzen, wenn er alle Vorbereitungen getroffen hat. Das Zeichen anschließend wickelt er die Bezahlung mit dir ab. Nicht tagsüber ansprechen. Wer ist denn Bruce? Oh. So, ich will jetzt mal gucken. Äh, wer Bruce ist? Gothic 1 Bruce. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte eh ins neue Lager, das passt ja. Also Bruce soll im neuen Lager sein. Okay, das habe ich durch. Okay. So, ab nach oben. So. 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 Anderely. So. So. Aber Hehehe Noice Hellooo What gate Whoops Oh god Hehehe Ja äh Ich versuche hier nach wie vor Das äh Kampfsystem zu überleben Was ein bisschen Zwischenzeitlich kacke ist Weil Du siehst die Um rechts Kämpfer 37% Und diese 37% Sagen aus wie hoch deine Trefferwahrscheinlichkeit ist Wo du mit voller Kraft zuhauen kannst Das heißt alles was hier immer mit einer 7 durch die Gegend fliegt ist wo ich nicht treffe Und dann treffe ich einmal und hau den direkt um Also das ist ein bisschen Nervig Was ist Aber langsam wird es immer besser. Ja und es ist aktuell ein harter Walking Simulator. Und wie gut kommt deine Siedlung voran? Ganz gut. Ich upgrade gerade erst mal. Ressourcen habe ich ja genug. Nice. Hast du schon ein Forschungsinstitut gebaut? Oder eine Universität ist das glaube ich. Weil da kannst du noch mehr freischalten. Ach verdammt. Was hast du denn? Kein Interesse. Kein Interesse. Kein Interesse. Kein Interesse. Kein Interesse. Kein Interesse. So, weiter geht's. Modrak. So, Cypher. Okay. Das ist ein Ja. Ja, ja. Okay. Marvin, tauschen. Schmiedekunstbeilen, die Eisenkeule, Streitachst, Streitkolben. Ring der Kraft, Amulett der Kraft. Schmiedekunstbeilen, die Eisenkeule, Streitkolben. Schmiedekunstbeilen, die Eisenkeule, Streitkolben. Schmiedekunstbeilen, die Eisenkeule, Schmiedekunstbeilen, Schmiedekunstbeilen, Schmiedekunstbeilen. Oh, god. Oh, nice. Nice, nice, nice. Nope. Shriek. Kann ich hier kochen? Ja, endlich. Kräutergericht. Schmiedekunstbeilen, die Eisenkeule, Schmiedekunstbeilen, 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 Schmiedekunstbeilen. Oh, god. Das wird jetzt ewig dauern mit dem Kochen. Ja, dass man sich braucht. Hm. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. Okay. So. Kronos. Ich möchte Schritt. Geh zur Seite. Zeig. Den Mist, was ich mir nicht antreten. Okay. Hey. Wedge. Hey du. Ich könnte. Schädelspalter. Schädelspalter. Ich verschläge. Ich verschläge. Ich verschläge. Oh, fast zehn mehr. Cool. Das hat echt gut geklappt. Was da? Mach's gut. Mach's gut. Das ist ein besonders schraum. Wenn du weinst. Na? Ich halte dich da lieber raus Ja, das hat man ausgelaufen Hey du Das passiert mir nicht nochmal Lass mich von Okay Hey du Okay Was? Wenn du meinst? No Okay Kriegt man keine Infos Ich glaube der Alchemie-Tische ist kaputt Ich Hey du Zeig mir der Ja Ja Das muss man schon sein Ja Wahrscheinlich hast du recht Wer meint Wäre ja zwar nicht besonders schlau Ich halte mich da lieber raus Okay Okay Halt Okay Sorry Okay Dann pennen wir jetzt ne Runde und gucken mal Ob Buster auftaucht Ich mein Bruce auftaucht Ich bin Ange Ange Ich bin Bist Verein Ich bin Die Ich bin Ein Dahmpa Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, wo könnte er sein? Vielen Dank. Okay, ich habe Bruce immer noch nicht gefunden. Blade. Du stößt meine Studie. Ich würde sagen, bring es bei nachts zu Bruce. Er würde sich an sein Nagas füllen. Und sonst penne ich mal bis zur Nacht. Ich würde es wundern. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich würde es wundern. 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 Okay. Oh, oh. Ich würde es wundern. So, ich muss mal eben fix die Waschmaschine anstellen. Und ich mache mir nochmal eben einen Kaffee. Also sehen wir uns gleich wieder. Ich würde es wundern. Ich würde es wundern. Das ist wirklich nicht mein Problem. Von mir erfährt keiner was. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch überrauben. Das ist doch was glauben. Tja, das hat er mir nicht behauptet. Das war nicht besonders schlau. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das war nicht besonders schlau. Er hat auf die falschen Leute gebeten. Das war nicht so heiß. Von mir erfährt keiner was. Wird sich das jemals ändern? Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm her nicht so. Ist das wirklich wahr? Das kann man nicht wahr sein. Wird sich das jemals ändern? Und manche lernen eben gar nichts dazu. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Und Manni, wie viele Bewohner hast du? Kannst du das sa-schen? Kannst du eh nichts dazu. Warum weckst du mich, ha? Nein, sag nichts. An deiner Stelle. Okay. Nein, denn ellen ist mir groß. Ich kann Upualog hin paisweise sehen. Oder erst schlau. Oder erst du bist. Ich kann nicht schlecht sehen. Und du meinciliation hat etwas hinter dem Weg gemacht. Kann schon sein, aber wahr ist mir wichtig, muss nicht gleich jeder wissen. So lange ich dann in den nächsten Tunen habe, das wundert mich. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Seine Haut, die trotzdem nicht stecken. Man darf auch nicht alles glauben, was man... Äh. Um 20.49 Uhr ist es aktuell. Okay. Okay, dann pennen wir doch mal bis zum Mittagnacht. So, dann gucken wir mal. Okay. Hm. Amen. Amen. So... Oh, ich sehe gerade was, was ein bisschen problematisch sein könnte. So. Weil dann kann man auch das Inventar sehen. Obwohl, ähm... Ich glaube, ich soll das doch eher, damit man auch das Verkaufsinventar sehen kann. Oh, oh. Hier hinsetzen. Obwohl, nee. Okay, das passt. So, ich muss mal eben noch was nachprüfen. Okay, das funktioniert noch. Okay, gut. Okay. 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 Er wird sich an sein Lagerfeuer setzen, sobald die... Wie lange macht der das dann? Oh Gott. So... Hm. Okay, das dauert jetzt grad echt ewig. Hm. Kann man ganz entspannt einen Kaffee trinken? Bestimmt um zwei Uhr setzt er sich dann da hin oder so. Okay. 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 So. Na komm. Hm. Die Zeit vergeht nicht. Okay. 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 mal so und um zwei uhr hey du ich habe die lieferung aber gut gemacht ja ich werde sehen dass ich sie los wie sie suchte jemand an ok So, dann gucken wir mal, ob Sharky irgendwas zu rot-technisch hat. Ich könnte... Okay. Cypher... Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch... Oh ja, wer das ganz anders sieht... Ist das für mich mal... Kein Interesse! Kein Interesse! Okay. Gut. Okay, dann sprechen wir mit dem Reisbauern. Okay. Wir können... Okay. 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 So... Das war's für heute. Oops. Nice. Hm, abgebrochen. Hm, abgebrochen. So. Hm, abgebrochen. Hm, abgebrochen. Hm, abgebrochen. Keine Dietrich mehr. Keine Dietrich mehr. Hm. Wieso wird ein Cavalorn angegriffen? Ja. Ja. Was ist das? Oh. Nice. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So. 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 hier. Krass. Oh. Oh. tsch 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 tch Joa, das war nix. Joa, das war nix. Joa, das war nix. Joa, das war nix. Joa. 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 Ich glaube kaum, dass das alles ansteht. Danke. Ich muss ... Zeig. Zeig mir das. Zeig mir das. So. Lass mich vorbei. Und dann gehen wir mal zu dem anderen Schmied. Und da werden wir glaube ich nicht umgehauen. Es kommt nur auf die Kräfte. Dazu kommen wir nicht so. Okay, dann können wir bis nachts. Wir müssen nach die falschen Leute gehören. Wir müssen nach die falschen Leute gehören. Man darf auch nicht alles ... 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 Das hat sich gelobt. So. Er musste es ja besser wissen. Du hast unten... So, ich will oben nochmal mit dem Koch sprechen, ob ich bei ihm Brot kaufen kann. So. 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 Nö. So. 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 Oh Okay Nice Wow Wir brauchen noch tausend Erfahrungen damit wir die nächste Stufe an Rüstung bekommen Das ist an sich Schon mal mega Ich weiß nicht wie viel die schwarzen Goblins bringen aber das sind mehr als 10 Wenn die 100 bringen dann haben wir Mega Glück Oh das sind Krieger Okay die sind ein bisschen zu stark Schwarze Goblins wären gegangen Aber Aber Und dann Der hat genug. He he. Dann machen wir jetzt das Lager hier kalt. Was? 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 Oh ja. Was? 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 Ah, sauber. Und der hat sogar ein Level gebracht. Dafür brauche ich den Schlüssel. Hat keiner hier den Schlüssel? Was? Was? Sk Neo. Okay, dann können wir uns jetzt endlich den Dingsons holen, äh die neue Rüstung. Okay, dann können wir uns jetzt den Dingsons holen, äh die neue Rüstung. Okay, dann können wir uns jetzt den Dingsons holen, äh die neue Rüstung. Okay, dann können wir uns jetzt den Dingsons holen, äh die neue Rüstung. Okay, dann können wir uns jetzt den Dingsons holen, äh die neue Rüstung. Okay, dann können wir uns jetzt den Dingsons holen, äh die neue Rüstung. Okay, dann können wir uns jetzt den Dingsons holen, äh die neue Rüstung. Okay, dann können wir uns jetzt den Dingsons holen, äh die neue Rüstung 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 holen. Okay, dann können wir uns jetzt den Dingsons holen, äh die neue Rüstung 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 holen. So, ne Pilzsuppe. Okay, dann kann ich sie wieder sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh oh So Hey du, wär ich? Nein, ich bin ein Mann hier Ich bin ein Mann hier Ich bin ein Mann hier Verdammt So Zwei Orks getötet Nummer drei Okay Okay Was ist denn? Ach das sind nur Wölfe Ach das sind Waage Ich bin ein Mann hier Ich bin ein Mann hier Ich bin ein Mann hier Okay, das war gefährlich. Okay, das war. Okay, das war. So. Okay, das war. Okay, das war. Okay, das war. Okay, das war. Okay. 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 So. Okay. 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 Das war's für heute. Verdammt! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok 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 Oh. Hm. Nein. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kann man also nicht öffnen ZDF, 2020 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 So, ich hoffe, dann kann ich da in den Tempel rein ZDF, 2020 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 Okay ZDF, 2020 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 ZDF, 2020